einen wunderschönen guten tag meine damen und herren ich begrüße euch ich begrüße dich auf dem kanal magic fruity und willkommen zu einer neuen folge von the hunter call of the wild the nature is wild the nature is mangia fico gold revolver muertos leute wir sind heute auf silver rich peaks unterwegs und wir gehen nur mit revolver jagen ich habe drei revolver eingepackt einmal hier muertos revolver dann focus 357 auch massives ding leute also auf jeden fall krass und die sunberg von stufe vier bis neun leute da gehen maultierhirsche direkt direkt schlafen glaube ich also müssen wir ausprobieren und bin mal gespannt lange nicht mehr auf einer revolver jagd gewesen wisst ihr was ich meine deswegen habe ich mir gedacht kann man mal machen vielleicht taucht ja was nice ist auf wir sind hier oder hinten an und vier leichten ja die gehen bis 65 kilo aber ich würde sagen den großen den schnappen wir uns direkt mal oder haben wir auch bisons aber keine sonderlich großen deswegen zu den bisons kommen wir noch deswegen würde ich erstmal sagen nehmen wir hier den vier leichten gabelbock auseinander abonniert auf jeden fall den kanal für täglichen call of the wild content und discord links ab jetzt unten in der beschreibung dort könnt ihr mir euren steam freundes code und benutzernamen schicken dann machen wir bei zeiten ich glaube später haue ich später habe ich noch ein trophy lot react video raus aber erstmal würde ich sagen gehen wir hier zu dem zu dem gabelbock der bisons er haben schon angst alarmiert ruhig aber greift mich nicht ja auf der flucht besser ist es besser ist es und dann holen wir uns den gabelbock so ich frage mich wo die gabelböckchen hingehen aber hier haben wir unseren vier leichten locker irgendwie fressgebiet oder oder ruhegebiet da haben wir ihn bis 57 kilo den können wir mal leute diesen jahr waffen klasse 4 den können wir mal mit der sunberg wegknallen bin ich mal gespannt wie schnell der liegen wird die sunberg kann bis wieviel nullen bis 75 okay okay verstehe da hinten ruft noch ein maultierhirsch nein nein leute okay das war wohl ein fail naja nicht so schlimm nicht so schlimm so leute hier unten haben wir jetzt den nächsten versuch da war nämlich einer bis 65 bis 65 kilo wenn er nicht schon wieder abgehauen ist leute also ich habe mich zwar ruhig bewegt aber die seht ihr die laufen wieder los deswegen gar nicht gut darum haben wir ein 3 hier haben wir einen einser da haben wir den vierer sehr gut okay erst wachsam das bedeutet wir müssen vorsichtig sein so da haben wir ihn auf 93 meter wieder aufmerksam deswegen jawohl und er liegt direkt leute also die sunberg die ist einfach perfekt für sowas ihr könnt damit riesige bison schießen die fallen ein bisschen langsamer natürlich aber seht ihr ein doppelter lungenschuss und das gabelböckchen sagt gute nacht so ja mir den gabelböck gucken wir nach es ist ein gold 86,24 doppelunge zerschmettert auf jeden fall ja große hörnchen große hörnchen in dunkel 58,11 bis 65 kilo stimmt bis 65 kilo gehen die jetzt gucken wir noch mal ja wir laufen weiter hier unten geht es eigentlich auch immer gut ab später gehen wir noch mal nach hier oben dort oben befinden sich auch mal gut so ein wunderschöner ausblick über silver rich peaks aber wir können da hinten nicht hinschauen oh gott chill chill ruhig nicht so hektisch hier dort können wir leider nicht hinschauen hier schon mal ja aber das problem ist zurzeit sind überhaupt keine trinkzeiten von irgendwelchen tieren also bringt das auch nichts ich hier an den seen gucke was haben wir denn hier original nix gar nichts doch da hinten aha eine schöne bergziege perfekt bis 145 kilo ich würde sagen wenn wir uns die nicht holen da haben wir auch eine bergziege dein dickhornschaf ok hier auch keine albino dabei was haben wir hier da unten geht es weiter also würde ich fast schon sagen hier die vierer das wäre auf jeden fall die beste von allen also der dhl mann ist gekommen ich hoffe mal dass die der dhl man ich hoffe dass die dass die bergziegen noch da sind leute mir ist aufgefallen mir hat noch nie von der dhl generell von der post eine frau ein paket überreicht noch nie in meinem leben ich frage mich warum also ist mir noch aufgefallen dass eine dame die treppe hoch kam und mir das paket gegeben hat immer nur männer naja jetzt bellt mein hund schnauze da hinten so ok wo ist die vierer bergziegen so dort hinten haben wir eine eine bergziege 50 25 leute die vierer ist mir abgehauen also die ist da verschwunden aber leider leider aber trotzdem die lag ich habe die außerdem in der sunberg geschossen jetzt wollte ich eigentlich mal hier muertos benutzen aber da finden wir auf jeden fall noch zeit für und hier tödlicher treffer sehr gut sehr gut also sunberg würde ich sagen es so fast schon der bessere wolver den es gibt silber lungenflügel aha von hinten den rechten nicht aber den linken lungenflügel sehr gut eine schöne wiese mitten in silber rich peaks und hier haben wir ein gabelbock es ist ein ja ich würde sagen kindergarten baby mäßiger aber wir werden ihn uns trotzdem erholen und diesmal hier mit dem muertos revolver leute der ist auf jeden fall der gefällt mir sehr wir laufen noch ein bisschen näher ran wie viel meter haben wir wir haben 100 meter ja eigentlich schon okay so der gabelbock ist aufmerksam wir natürlich auch und das war der schuss er ist auch 50 leute der muertos revolver geht von zwei bis fünf also der gabelbock ist auf jeden fall mit dabei er ist jetzt gefallen wir gucken uns den mann und da haben wir das gabelbocken gucken uns mal an wie der wie der muertos revolver geregelt hat er hat die doppel lunge auch aber halt ja weniger power wie als sie als bei der sunberg deswegen ist er noch ein bisschen weiter gelaufen aber muertos revolver trotzdem eine gute sache kann man auch easy mit reo und füchse schießen also deswegen der der ist auch ganz gut ich habe wapiti lockrufer dabei deswegen suchen wir mal nach ein zwei wapitis jetzt und da hinten blitzt auch schon das erste wapiti auf ja wind steht katastrophal also dort habe ich ein gebiet hast du duft spray war noch aktiv deswegen ja ich versuche mal so ein bisschen weiter hoch zu laufen um erstmal zu gucken was da steht da unten sehen wir nämlich ein weibchen noch ein weibchen und dahinter noch ein weibchen und da kommen die ersten wapitis leider wachsam und aufmerksam ich warte nur bis sich ein geweih erspäen lässt so leute also ich glaube ein männchen ist in der gruppe nicht dabei leider ich bedauere aber kein männchen anwesend deswegen holen wir mal die sunberg wieder raus und so das sollte denke ich gepasst haben oder da sollte eigentlich einer der schüsse sollte gepasst haben hier auf jeden fall so 25 hier haben wir auch schon zwei wapitis sehr schön sehr schön eins in hellgrau lunge leber und das andere da haben wir einmal der doppel lunge also auch sunberg für wapitis sehr gut wie gesagt die sonst würden echt ein bisschen langsamer fallen deswegen für bisons wenn ihr bock auf revolver habt dann auf jeden fall die sunberg die sehr gut aber sonst eher so kenning magnum und so hier unten hatte ich auch immer einen spot da sind auch welche aber wenn da nur weibchen sind dann ziehen wir weiter weil die wapitis also oft also manchmal sind so vier fünf männchen mit dabei und manchmal ist nicht mal ein männchen dabei also das ist bei mir immer unterschiedlich deswegen bin ich mal gespannt ob wir hier ein männchen haben eins auf der flucht wahrscheinlich wegen eines pumas aber die frage ist wo ist der puma soll also bei dem wapitis war nichts leute wir sind immer hier also da unten in der gegend war ich selten also ganz unten links hier schon aber hier nicht deswegen bin ich mal gespannt was wir hier so finden vorausgesetzt hier ist überhaupt irgendwas also hier unten ist gar nichts außer eine höhle aha aha das sieht doch schon mal sehr schön aus leute das sieht sehr gut aus es guckt leute nur kein einziges kein einziges männchen kein einziges weibchen das ist würde ich mal sagen der größte unter den oder der hier vorne deswegen da werden wir auf jeden fall mal welche rausschießen hier haben wir den ersten doppel unge und da habe ich eben gerade hier noch eingeschossen leute ich habe eine idee für das nächste video eine krasse idee deswegen hier haben wir noch ein männchen doppel unge wirbelsäule und ja leute das war's mit dem video revolver video auf silver rich peaks ich hoffe es hat euch gefallen discord und instagram ist unten in der video beschreibung ihr könnt auch auf discord eure diamanten reinschicken eure verschossenen alles mögliche und ja abonniert den kanal für täglichen call of the wild content das war euer magic fruit dir haut rein bis zum nächsten mal ciao ciao und 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 Vielen Dank.